Willkommen zum fünften Pokémon Tutorial der ersten Generation. Heute zeichnen wir Glutexo, die Weiterentwicklung von Glumanda. Also schnappt euch Stift und Papier und lasst uns loslegen. Wir fangen am besten wie immer mit einem Kreis für seinen Kopf an. Darunter mache ich einen kleinen Strich für seinen Hals. Dann zeichnen wir einen Oval, das in etwa doppelt so groß wie der Kopf ist. Jetzt zeichnen wir die Guidelines auf den Kreis, um das Gesicht besser zu platzieren. Unter der horizontale Linie zeichnen wir erneut einen kleinen Kreis für seinen Maul. In der Mitte des großen Kreises auf der horizontale Linie zeichnen wir ein Dreieck für sein Auge. Der vorgezeichnete Kreis hilft uns die Form besser zu bearbeiten. So können wir jetzt auch sein Horn mit ein paar einfachen Strichen zeichnen, ohne dass es im wahrsten Sinne des Wortes aufgesetzt wirkt. Auch auf seinem Körper zeichnen wir nun Guidelines. Jedoch befindet sich die horizontale Linie hier nicht in der Mitte, sondern im unteren Drittel. Darunter können wir seine Beine platzieren und fortzeichnen. Im oberen Bereich können wir nun auch seine Arme zeichnen. Ihr könnt sie waagerecht vom Körper wegzeichnen. Seine Unterarme sind tropfenförmig, größer und dicker als seine Oberarme. Seinen Schwanz dürfen wir auch nicht vergessen. Den zeichnen wir mit einem Schwung aus dem Oval heraus. Somit hätten wir auch schon die Vorzeichen. Wenn ihr mit der Zeichnung zufrieden seid und nur skizzieren wollt, könnt ihr euch auch durch meine Kanto-Playlist durchklicken und nur die Vorzeichnungen mitmachen. Wenn ihr das Ganze richtig lebendig und schön machen wollt, könnt ihr jetzt mit mir weitermachen. Die Linien fahren wir mit einem Copic Multiliner 0,3 mm nach. Die Farben, die ich heute verwende, könnt ihr wie immer am Anfang des Videos sehen. Wenn ihr meine Materialien sehen möchtet, klickt euch einfach in ehabo.de rein. Unter Materials findet ihr alle Tools, die ich aktuell verwende. Den Link dazu findet ihr auch in der Beschreibung. Es ist ja immer interessant, wie sich die Darstellung mancher Pokémon im Laufe der Zeit verändert hat. Mir gefallen zum Beispiel die alten Zeichnungen von den Pokémon besonders gut. Diesen Aquarellstil, wie ihr jetzt hier an einem Beispiel von Glutexu sehen könnt. Schade aber, dass es nicht mehr so umgesetzt wird. Das war eine Zeit, in der Artworks wirklich besser als die Figuren im Spiel waren. Zu einer Zeit, in der das Cover noch zu viel versprach. In der ersten Generation sah es aus, als hätte Glutexu einfach ein Horn auf dem Hinterkopf. Und ein bisschen übergewichtig im Vergleich zur Zeichnung wirkte er auch. Ist euch irgendwas im Laufe der Zeit aufgefallen? Es muss nicht die älteste Generation sein. Irgendwas, was ihr mal gespielt habt und im Vergleich ein bisschen anders war oder anders als ihr erwartet hattet. Vielleicht fandet ihr das sogar witzig oder traurig. Schreibt mir das in die Kommentare. Wir machen ja das alles jetzt farbig. Und damit die Schattierung nicht zu rot ausfällt, verwende ich hier einen Braunton, um die Schattenseiten von Glutexu zu bemalen. Und somit sind wir auch schon fertig. Wir haben Glutexu aus der ersten Generation gezeichnet. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann schenkt mir einen Daumen nach oben. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zeichnen. Und bis zum nächsten Mal. Eure Comicwelt. Glutexu. Das Flammen-Pokémon. Die Weiterentwicklung von Glumanda. Es ist hitzig und sucht ständig nach Gegnern. Es beruhigt sich nur, wenn es gewinnt.